Herzlich Willkommen zu der Fortsetzung unseres Studiums zum Thema Christus und sein Gesetz. Das Thema, das wir heute haben, schließt sich nahtlos an das, was wir letztes Mal hatten, wo wir versucht haben, klarzumachen, warum Christus sterben musste und in welchem Verhältnis der Tod Christi zum Gesetz steht. Und in dieser heutigen Lektion geht es um Christus, das Ende des Gesetzes. Was will uns die Lektion heute lehren? Was ist das Grundthema? Es ist so ähnlich wie das Letzte auch. Es geht darum, was hat Christus mit dem Gesetz getan? Hat er es durch sein Leben und durch seinen Tod erfüllt und erhoben oder hat er es in seinem Leben abgeschafft oder zumindest zum Teil abgeschafft, damit wir überhaupt errettet werden können? Durch die vielen Theorien in der theologischen Welt kommen wir leicht durch diese Begriffe in ein Wirrwarr. Auch ich hatte Mühe zu verstehen, was der Schreiber in dieser Lektion schreibt und wir werden einiges betrachten, was wir einfach so, wie es hier steht, nicht stehen lassen können. Weil dann würden wir etwas glauben, was in der Schrift nicht so verkündigt wird. Deshalb wollte ich am Anfang dieser Betrachtung die Begriffe, da es ja um Gesetz und Gnade geht und Glauben und Sünde, möchte ich diese Begriffe kurz definieren, damit wir anhand einer klaren Begriffsdefinition uns an das Thema herannähern können, um es dann in unserem Geiste richtig zu verstehen und richtig einzuordnen. So lasst uns beginnen mit dem, was zuerst kommt, nämlich mit dem Gesetz. Als Gott den Menschen schuf, da stellte er ihn unter das Gesetz und er sollte das Gesetz halten, das Gesetz tun, das heißt Liebe üben. Wir können hier, Gesetz tun ist lieben. Und Gesetz tun ist lieben. So, Gottes Gesetz ist wie veränderlich. Deshalb will ich das deutlich machen, dass wenn wir hier Gott nehmen, da ist Christus, der Heilige Geist. Sie sind alle im Einklang mit dem Gesetz. Das Gesetz ist der Ausdruck des Charakters Gottes. So, Christus stellt Gott dar, der Heilige Geist stellt Christus in unserem Leben dar und sie sind alle im Einklang mit dem Gesetz, was Gott gemacht hat, was Gott gemacht hat, die sowohl das moralische Gesetz ist, das uns in einer Verantwortung bringt, sowie das Naturgesetz. So, beide Gesetze sind im Einklang mit dem Charakter Gottes. Das Leben ist nur möglich, wenn es im Rahmen des Gesetzes stattfindet. So, lebendig kann nur jemand sein im Rahmen des Gesetzes. Weil nur hier ist Gottes Kraft am Wirken, um das Leben zu erhalten. So, wir können nur leben, wenn wir dem Gesetz gehorsam sind. Wenn der Tod durch Ungehorsam kam, wenn hier der Tod die Folge ist des Ungehorsams gegenüber dem Gesetz, dem Gesetz, dann ist es selbstverständlich, wenn Gott uns wieder erlösen will aus dem Tod, dass er uns wieder in die Fähigkeit zurückbringen will. Erlösung bedeutet damit, Erlösung bedeutet damit, bedeutet damit Leben, und das ist nur möglich durch Gehorsam oder Erfüllen des Gesetzes. So, was ist die Bedingung des Lebens und des ewigen Lebens? Die Bedingung für das Leben gibt das Gesetz. Ist das Gesetz erfüllt, gibt es Leben? Ist das Gesetz gebrochen, gibt es kein Leben mehr? Ich denke, das sollte uns klar und deutlich sein. Ein Mensch ist gesetzt unter dieses Gesetz der Natur und der Moral und kann er es erfüllen, geht er ein zum Leben, kann er es nicht erfüllen, geht er ein zum Tod. Ich möchte ein Zitat lesen aus dem Buch Der Gedanken von Berg der Seligpreisungen und da steht das Zitat auf Seite 182, am Ende des Buches Gehorsam ist der Prüfstein der Jüngerschaft. Durch das Halten der Gebote beweisen wir die Echtheit unserer vorgeblichen Liebe. Wenn die Lehren, die wir annehmen, die Sünde im Herzen töten, die Seele von ihren Flecken reinigen, Früchte der Heiligung bringen, dann dürfen wir annehmen, dass sie die Wahrheit Gottes sind. Wenn Wohltätigkeit, Güte, Zärtlichkeit, Mitgefühl sich in unserem Leben offenbaren, wenn die Freude des Rechttuns in unserem Herzen wohnt, wenn wir Christus erheben und nicht uns selber, dann können wir wissen, dass unser Glaube rechter Art ist. An dem merken wir, dass wir ihn kennen, so wir seine Gebote halten. Das Halten der Gebote ist somit eindeutig die Voraussetzung der Erlösung. Das ist etwas, was die heutige Theologie versucht, wegzutun. Man versucht, ein Symptom zu bekämpfen, so wie man das in der Medizin tut. Man versucht, den Tod und die Krankheit zu eliminieren bei Beibehalt der Sünde. Das ist alles, was man in der heutigen Theologie versucht. Und den Menschen in eine Sicherheit hineinwiegt, die ihm nicht nur dieses irdische Leben kostet, sondern auch die Freude des Ewigen. Weil es gibt kein Leben außerhalb des Gesetzes. Deshalb bin ich so dankbar, dass wir in unserem Körper sowohl das Gesetz der Moral als auch der Natur erfüllen müssen, um gesund zu sein. Und erfüllen wir die Voraussetzungen für das Gesetz des Lebens, dann sind wir nicht krank. Erfüllen wir sie nicht, dann werden wir krank. Und das heutige Erlösungskonzept geht leider nicht in die Richtung, dass wir sagen, Gehorsam ist das, was wieder erfüllt werden muss. Das Gesetz kann sich nicht ändern. Denn ich muss aus dem Ungehorsam gegenüber dem Gesetz, was der Tod zur Folge hat und die Krankheit, wieder dahin kommen, dass ich das Gesetz halte und halten kann. So, wahre Jüngerschaft beweist sich im Halten des Gesetzes. Der einzige Beweis, dass ein Mensch erlöst ist, ist die Fähigkeit, dass er mit göttlicher Liebe liebt. Und diese göttliche Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. So, zwischen Gott und Gesetz gibt es nicht wirklich einen Unterschied, weil wenn ich Gott liebe, liebe ich das Gesetz. Wenn ich Gott nicht liebe, liebe ich das Gesetz nicht. Weil das Gesetz ist der Ausdruck seines Wesens. Und ich kann Gott kaum kennenlernen, weil ich kann ihn ja nicht sehen, aber anhand seines Gesetzes kann ich ihn kennenlernen und lieben lernen. So, der erste Gedanke, den ich vermitteln möchte, wenn der Ungehorsam gegenüber dem Gesetz Tod und Sünde brachte, dann muss die Erlösung den Menschen wieder zum Gehorsam befähigen. Sonst ist die Erlösung keine Erlösung, nur die Befreiung von einer Konsequenz. Und da die Christenheit den Tod Jesu nimmt, als Befreiung von der Konsequenz. Er hat unsere Konsequenz getragen. Damit kommt dann der Mensch in diese logische Folge des Denkens, dass er sagt, naja, wurde Jesus für meine Sünden bestraft, dann bin ich ja frei von der Strafe der Sünde. also kann ich ewig leben, auch wenn ich weiterhin sündige, weil er hat ja durch den Tod meinen Tod aufgehoben. also bin ich ganz egal, was ich tue, erlöst. Was für ein Trugschluss. Was für eine Kombination von halben Wahrheiten. Jesus übernahm die Sünde. Und jetzt müssen wir zu der Definition der Sünde kommen. Und er tat etwas am Kreuz, dass er töten musste in mir, damit ich wieder die Fähigkeit habe, das Gesetz zu halten. Es ist sehr, sehr konfus, wenn wir nur daran denken, dass der Tod Jesu und sein Leben uns von dem Tod befreit. so wie der Lektionsschreiber an einer Stelle hier schreibt, unser Problem ist ja nicht das Gesetz. Sondern unser Problem ist der Tod, der daraus folgt. Also muss der Tod abgeschafft werden und nicht wir befähigt werden zum Halten des Gesetzes. Da verstehe ich die Menschen, die so eine Gerechtigkeit Gottes ablehnen. Da verstehe ich deren Ablehnungshaltung gegenüber der Haltung Gott starb, damit er sein eigenes Gesetz überträgt. Das heißt, dass die Folge der Sünde nicht mehr da ist, umgeht Gott sein Gesetz und stirbt für den Sünder, damit kann er ihm das Leben schenken. Das ist nicht Gerechtigkeit. Das passt nicht in das Konzept unseres Geistes, wo Gott die Gerechtigkeit ja klar hineingeschrieben hat. Das passt vielleicht in die Ideologien der Christen, aber es passt nicht in die Realität des Lebens hinein. deshalb kommen und ist es verständlich, dass sie sagen, nein, deshalb musste Christus nicht sterben, weil das ist nicht das Ziel. Nein, das Ziel Gottes war es nicht und ist es nicht, den Tod aufzuheben. Auch wenn der Tod inbegriffen ist darin, das Ziel ist nicht, die Krankheit zu eliminieren, das Ziel ist die Ursache der Krankheit zu eliminieren, dann ist auch die Krankheit eliminiert. Das ist klares Denken von Ursache und Wirkung, das ist klares Denken von Gerechtigkeit und nicht überspringen der Ursache und sagen, unser Problem ist nicht das Gesetz, nein, unser Problem ist nicht das Halten des Gesetzes, unser Problem ist, dass wir sterben, nein, das ist nicht unser Problem. Die Bibel hat nicht das Konzept, dass das Problem Gottes ist unser Tod. Nein, das ist nur die Folge. Das Problem Gottes ist nicht der Tod. Das Problem Gottes ist nicht die Aufhebung des Todes oder die Aufhebung der Krankheit. Das Problem Gottes ist, er muss den Menschen, wenn er ihn erlösen will, in seine moralische Funktion wieder zurückstellen, dem Gesetz Gottes völlig zu entsprechen und es ausüben zu können, dann ist Tod und dann ist Krankheit weg, ganz klar. Gott behandelt nicht Symptome. Gott behandelt Ursache. Aber ihr seht, das theologische wie das medizinische Denken ist gleich. Wir denken, wir wissen die Ursache nicht in der Medizin. Also behandeln wir Effekte und wollen Gesundheit. In der Theologie wollen wir das ewige Leben, wir wollen nicht den ewigen Tod. Deshalb behandeln wir den Tod und wollen den Tod eliminieren, nicht die Ursache des Todes. Damit haben wir eine typische, ich würde fast sagen, satanische Denkweise, die den wichtigsten und aller entscheidendsten Punkt überspringt. Mag ja attraktiv sein, aber es ist zerstörerend verführerisch. Symptombehandlung, kann man mit Gottes Gerechtigkeit nicht tun. Sie wäre schon gegen unsere menschliche Verständnis der Gerechtigkeit. Ich liebe es, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, ja, ich bin einverstanden. Ich will nicht nur hier immer die Salbe schmieren an meiner Nase, weil ich dort ein Ekzem habe seit drei Monaten. Die Salbe hilft, aber es hilft nur für eine Weile und dann kommt das Ekzem wieder. Ich will die Ursache wegnehmen, weil dann brauche ich die Salbe nicht mehr. Wir müssen verstehen, wollen wir Symptome bekämpfen oder Ursache. Gottes Gerechtigkeit bekämpft die Ursache der Krankheit und des Todes. Deshalb kam Christus aufzuheben die Sünde, nicht den Tod. Der Tod ist darin als Folge inbegriffen. Aber wir könnten die beiden vertauschen und damit kommen wir in eine furchtbare Situation. In der rumänischen Lektion stand in der letzten Woche, weil ich auch die rumänische Lektion halte, da stand drin genau diese Sache. Wir haben den Tod überwunden. Dann habe ich wir überwinden den Tod. Ich wüsste nicht, dass irgendwo in der Bibel einen Text gibt, wo ich den Tod überwunden habe. Der Tod ist der letzte Feind und er wird als letztes überwunden. Er ist in den Sieg verschlungen, aber dann am jüngsten Tage des Gerichtes, wenn uns ewiges Leben in der Realität verlieren wird, nicht nur durch den Glauben. Wir brauchen Jesu Tod, nicht um den Tod zu überwinden, sondern wir brauchen Jesu Leben und Jesu Tod, um die Sünde zu überwinden. Wahre Jüngerschaft ist Erfüllen des Gesetzes. Wahre Erlösung ist das Halten des Gesetzes in seiner Fülle. Das ist das Ziel der Lösung und es wird sich nie verändern, ganz egal, was irgendjemand glaubt, was irgendjemand behauptet, mit welchen Bibeltexten er versucht, es sich herauszuholen und sich versucht zu betrügen, er darf es ruhig tun. Die Wahrheit wird dadurch nicht geändert. Damit kommen wir zu der nächsten Definition und das ist die Definition der Sünde. Die Sünde ergibt sich klar aus dem, was Adam getan hat. Die Sünde ist ungehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber. Ob das jetzt moralisch oder natürlich ist, spielt keine Rolle, ist immer Sünde. Sünde ist ungehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber. Damit ist Sünde eine Tat. Sünde ist eine Tat, sie ist kein Zustand. Ungehorsam ist eine Tat. Sünde ist eine Tat, kein Zustand. Aus der Sünde, aus der sündigen Tat folgt ein Zustand. So, der Zustand folgt aus der sündigen Tat. Wenn ich vorher als Adam vor seinem Sündenfall hatte er, war er gerecht, er war Gott gehorsam. Er hatte die klare Verbindung mit Gott. Er hatte keine sündige Natur. Als er aber die sündige Tat begann, kam er in einen Zustand des Sünders. Und dieser Zustand des Sünders hatte eine Zutat und diese Zutat ist die sündige Natur. Und die sündige Natur wird in der Bibel Fleisch genannt. Fleisch. Wir haben es gelesen in den Texten Römer 7, Römer 8, Fleisch. Die Galater 5, wo auch immer wir es lesen in der Heiligen Schrift, die sündige Natur ist das Fleisch in der Bibel. So, Fleisch ist gleich mit der Unfähigkeit des Menschen, das Gesetz zu halten. Fleisch ist gleich mit der sündigen Natur. Aber die sündige Natur kam durch eine sündige Tat. sie ist eine Folge der sündigen Tat und da sie eine Folge der sündigen Tat ist, gibt es eine Vererbung. Das Gesetz der Vererbung, da wir ja alle von Adam abstammen und Gott das so gemacht hat, dass sich alles nur vermehrt, sowohl der Geist als auch der Körper, stehen wir unter einem Gesetz der Vererbung. Was vererben wir? Vererben wir und können wir eine Tat vererben oder kann man nur einen Zustand vererben? Ist ganz offensichtlich. Ich kann heute etwas in meinem Leben tun, zum Beispiel rauchen. Dadurch verändere ich meinen Körper, ich verändere den Zustand der Funktion von ihm und wenn ich ein Kind zeuge, dann vererbe ich weiter die Folge der Zerstörung in meinem Körper und das Kind muss nie geraucht haben, aber es kriegt die Folge des Rauchens mit, weil ich ja nur weitergeben kann, was ich habe. Das ist das Vererbungs Gesetz. Es kann nur weitergegeben werden, was da ist. Und so hat sich der Mensch über die Generationen verändert, degeneriert, weil durch das Sündigen der Eltern kommt das Kind mit Schäden auf die Welt. Durch Sündigen der Vorverfahren haben wir gewisse Dinge in unserem Leben, das alles sind aber Folgen nicht Taten. Deshalb haben wir eine Verantwortung auch für das, was wir tun in diesem Leben, weil wir es weitergeben durch von uns geht weiter ein nächstes Leben. So ist die Vererbung, so ist es nur möglich, dass etwas vererbt wird. Und Adam vererbt uns und allen seinen Nachkommen das Fleisch, nämlich die Zerstörung, die Gottes Ferne, welche in der Bibel als Tod genannt wird. Jesus sagt so deutlich in Johannes, vielleicht lese ich es trotzdem, obwohl ich es auch auswendig zitieren könnte, Johannes Kapitel 5 oder ist es schon 4 25 24 Wahrlich, weil ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. So, von wo ist er zum Leben hindurchgedrungen? Vom Tod. Für Gott, für Christus ist der Mensch, der Fleisch tot. Jeder kommt tot auf die Welt und durch die Lösung, durch den Glauben, kommt er zum Leben. Ansonsten bleibt er im Tod. Die einzige Lösung, die der Mensch hat, nach der Sünde Adams, ist, dass er wieder zum Leben kommt. Im Tod ist er sowieso. Er ist in dem Tod, weil er in einem Fleisch, in einem Zustand auf die Welt kommt, in dem er das Gesetz nicht halten kann. Es ist so, wie wenn du auf die Welt kommst und wirst atmen, aber alles, alle deine Atemwege sind zu. Hast keine Wahl, du stirbst. So, wir kommen im geistigen Sinne alle tot auf die Welt und haben nur eine Chance, nämlich zum Leben zu kommen. Im Tod können wir bleiben, das ändert sich nichts. Wirst du tot geboren und lebst dein Leben in der Gottesferne, bleibst du in dem Zustand, in dem du geboren bist. wirst du aber tot geboren und kommst durch die Neugeburt, durch den Glauben in einen anderen Zustand. Dann kannst du leben. So, das sind die zwei Wege. Deshalb lasst uns es festhalten und klar in unseren Geisten hineinschreiben. Die Sünde ist eine Tat, ihre Folge ist ein Zustand. Zu sündigen ist immer eine Tat. Ein Sünder zu sein ist immer ein Zustand. Habe ich einmal in meinem Leben gesündigt, bin ich ein Sünder. Ganz egal, ob mir die Sünde vergeben wurde oder nicht. Ich bin ein Sünder. So, eine Tat führt zu einem Zustand. Und so werden die Menschen im Fleisch geboren, in einem Zustand, in dem sie das Gesetz nicht halten können. Das sagt Römer so schön 8. Jeder Mensch, der in dieser Welt geboren wird, wird in dieser Natur, in diesem Fleisch geboren. Und dieses Fleisch kann das Gesetz Gottes nicht halten. Schaut, ganz egal, was diese Frau hier täte, ganz egal, welche Anstrengung sie unternehme, den Mörder ihrer Tochter zu lieben, dazu ist sie nie mehr fähig. Aber das bedeutet, sie ist nicht mehr fähig, das Gesetz zu halten, das bedeutet, sie stirbt an ihrer eigenen Unfähigkeit zu atmen. Sie stirbt an ihrer eigenen Unfähigkeit zu lieben. Und diesen Zustand, diese Situation der Unfähigkeit kommt Gott um uns zu erlösen. Aber erstmal diesen Punkt festzuhalten. Der Sünde des Adams führt ihn in einen Zustand. Der Zustand ist das sündige Fleisch. Diesen Zustand vererbt er. Kann ja gar nichts anderes. Er wurde verändert durch seine Tat, also vererbt er die Folgen seiner Tat an alle seine Nachkommen. Jede Nachkomme Adams schmeckt und kostet von seiner Sünde. Jeder Mensch nach Adam hat durch durch die Sünde Adams einen Mangel eine große Not. Das hat Adam bestimmt nicht überlegt. Das hat Adam nicht gewusst, was das für Folgen haben wird auf jedes einzelne seiner Kinder. Aber nicht vererbt er ihnen eine Tat. nur Folgen können vererbt werden, nicht Taten. Deshalb in der Vererbung gibt es keine Vererbung der Sünde. Vererbung, Sünde zu vererben, ist nicht möglich. Alle Gesetze, die wir haben auf dieser Welt, Natur Gesetze beweisen, dass es nicht möglich ist, eine Tat zu vererben. Es ist unmöglich. Eine Tat ist auf das Individuum begrenzt. Ich mag etwas tun. Das mag, weil ich ja mich vermehre, mich so verändern, dass es auch das, was aus mir kommt, verändert herauskommt. Das ist im Gesetz drinnen. Das ist so. Das können wir auf allen Bereichen dieser Natur sehen. So hat es Gott gemacht. Er hat etwas geschaffen, das sich immer weiter vermehrt und es gibt immer nur weiter das, was er einmal geschaffen hat. Und würde das Ganze nicht verändert werden, sondern durch das Halten des Gesetzes erhalten bleiben, dann bleibt es immer gut. Hätte Adam gesündigt, wäre die Vermehrung, die Fortpflanzung, alles wäre gut weitergegangen und jeder Mensch und die Umwelt wäre in einem perfekten Zustand. So die Tat verändert, bringt einen Zustand. Vererbung einer Sünde ist nicht möglich. Ich kann nur die Folgen einer Sünde vererben. und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt in unserem Verständnis der Theologie. Es ist sehr schade, dass in unserem Lektionsheft von heute auf der Seite vom Sonntag ein Satz steht, der genau umgekehrt ist, wie er sein sollte. Es steht hier, ich lese im Deutsch, die deutsche Übersetzung hat das Ganze versucht zurecht zu wiegen, während die rumänische Übersetzung bleibt genau treu der Übersetzung des Englischen und der Originalausgabe. In der englischen Originalausgabe heißt es so, ich lese in Englisch, für die die Englisch können, der letzte Satz auf der Sonntagsseite, his righteousness can now become that of the believer. A person condemned to death by inheriting the sin of the first Adam can now embrace the gift of life by accepting the righteousness of the second one Jesus. Das sagt so in meiner Übersetzung, freien Übersetzung, seine Gerechtigkeit, kann jetzt die Gerechtigkeit des Gläubiges werden. In dem Satz ist noch nichts Falsches. eine zum Tode verurteilte Person durch die Vererbung der Sünde des ersten Adams kann jetzt das Geschenk des ewigen Lebens annehmen, indem er die Gerechtigkeit des zweiten Adam Jesus annimmt. Nun, die Deutschen, weil sie ja genau sind, und ich denke ja, die, die das übersetzen, geben sich Rechenschaft von dem, was sie übersetzen, versuchen das ein wenig zu verschönern, ein wenig nicht so klar auszudrücken. Das ist eines der klarsten Sätze, der sagt, ich habe die Sünde Adams geerbt, obwohl in unseren Lehren wir alle behaupten, dass das nicht der Fall ist. Wir wissen, das ist eine katholische Lehre, wir wissen, das ist eine heidische Lehre, wir wissen, das ist eine Lehre von denen, die vom babylonischen Wein getrunken haben, aber wir wissen, dass die Vererbung der Sünde eine falsche Lehre ist. Und in unseren 28 Lehrpunkten sagen wir das. Aber hier wird ein Heft rausgegeben. abgestempelt von höchster Autorität unserer Gemeinschaft und es steht drin, dass was gegen die Lehren in der eigenen Lehrmeinung steht und dass nicht einer ich sage jetzt mal La Paglia ist mich hätte das jetzt nicht gestört wäre es eine Nebensache gewesen. Aber wir sollten wissen, es gibt vier Begriffe die müssen wir in unserem Leben sicher wissen. Wir müssen wissen, was das Gesetz ist und den Charakter Gottes. Wir müssen wissen, was Sünde ist. Wir müssen wissen, was Gnade ist. Und wir müssen wissen, was Glaube ist. Das sind die vier Punkte, bei denen wir eine hundertprozentige, klare Definition brauchen. Haben wir dort keine klare, hundertprozentige Definition, werden wir verloren gehen, weil wir werden es nicht ausüben können. Unser Glaube wird uns in dem Moment der Prüfung fehlen. Deshalb zitiere ich das, weil es nicht richtig ist, was hier steht. Und in der Deutschen steht so, seine Gerechtigkeit kann nun dem Gläubigen zuteil werden. Ein Mensch, der zum Tode verdammt ist, weil er vom ersten Adam die Sündhaftigkeit geerbt hat und daher auch sündigt. Das steht nicht im Englischen. Das ist ein Zusatz des Übersetzes. Und das ist gut gemacht, weil man will ja gerecht sein und will treu sein. Ich finde das gut, dass ein Charakterzug eines Deutschen, ich sage jetzt mal typischen Deutschen, ist, dass er genau ist. Und ein Deutscher, der das liest und sagt hier, aha, die Sünde, die ich von Adam vererbt habe, da bei dem klingen alle Glocken und sagen, das kann nicht stimmen. Deshalb sagen sie hier, die Sündhaftigkeit geerbt und daher auch sündigt. So, das ist so ein bisschen genauer, aber nicht genau. Was ist Sündhaftigkeit? Was bedeutet dieser Begriff? Für mich persönlich, ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht bin ich zu einfältig. Aber was ist Sündhaftigkeit? Was ist dieser Begriff? Was soll er? Habe ich nun die Sünde geerbt oder nicht? Habe ich einen Zustand geerbt oder eine Tat? So, was auch immer es ist. Dieser Begriff meine ich Sündhaftigkeit. Er beschreibt nicht, was wirklich die Realität ist. Wir erben nicht eine Sündhaftigkeit. Wir erben keinen, keine Sünde. Wir erben nur ein Fleisch, eine gefallene Natur, die das Gesetz Gottes nicht halten kann. Und wenn wir vererben eine Natur, die das Gesetz nicht halten kann, dann sind wir ja von vornherein klar verurteilt zum Tode. Aber nicht so, wenn die Sündhaftigkeit, wenn die sündige Natur getötet werden kann. Wenn die gesündige Natur getötet werden kann, dann kann ich wieder das Gesetz halten. Wenn ich anstelle meiner sündigen Natur die göttliche Natur bekomme, dann komme ich aus der Unfähigkeit des Haltens des Gesetzes wieder raus. So, ich komme aus einem Zustand durch den Glauben wieder raus. Im Hesekisch steht da sehr genau der Gerechte und der Sünder. Was ist der Unterschied zwischen Gerechter? Ein Gerechter ist in einem Zustand. Ein Sünder ist in einem Zustand. Und den Gerechten macht etwas gerecht, nämlich eine Tat, das ist sein Glaube. Und den Sünder macht jemand zum Sünder, das ist seine Tat, nämlich die Unfähigkeit, das Gesetz zu halten. Ich hoffe, dass wir jetzt diese Begriffe verstanden haben. Es ist per Gesetz nicht möglich, eine Tat zu vererben. Es ist gegen jegliche menschliche Denkweise. Wir können nur etwas vererben, was wir kaputt gemacht haben. Das ist vererbbar. Deshalb ist es auch verständlich, weil man zitiert ja hier in diesem Zusammenhang den Römer 5. Und ich sage, dadurch, dass man rein theologisch an die Sache rangeht, kann man das Ding nicht wirklich verstehen. Aber geht man dran mit der Kenntnis auch der Physis, mit der Kenntnis des Körpers, mit der Kenntnis der Vererbungsgesetze, die wir im Körper sehen, dann werden die Dinge klar. Deshalb wollte ja Gott nie, dass ein Arzt und ein Prediger getrennt sein sollten. Dass nicht beides immer von beiden gewusst werden. Schaut, Vers 17 lese ich nur. Römer 5 Denn wenn in Folge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den Einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den Einen Jesus Christus. Also wenn nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen, die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. Ihr seht, dass der Ungehorsam macht den Zustand, Sünder zu sein. Und der Gehorsam macht den Zustand, gerecht zu sein. So, wir müssen uns das vor Augen deutlich machen. Was will der Paulus hier erklären? Er möchte doch nur zeigen, das was er auch in Korinther 15, 1. Korinther 15 sagt, Er sagt, so wie wir Teilhabe geworden sind der sündigen Natur, die wir geerbt haben von Adam und damit sterben wir alle. Der Tod ist vererbt, aber nicht die Sünde. Er sagt aber auch deutlich in Vers 12, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Ja, sie haben alle gesündigt, aber wenn wir nur das sehen, dann kommt die große Frage auf, ja und ein Baby, warum stirbt es? Hat doch noch nie gesündigt. Und es stimmt, ein Baby kann nicht sündigen. Weil es hat ja noch keine Moral. Es hat noch keine Veränderung. Es ist wie ein Tier. Es ist wie ein Hund. Kann einen Hund sündigen. Er kann beißen, es kann schlecht sein, aber es wird ihm nie als Sünde angerechnet. Weil es keine Sünde ist. Ein Baby stirbt aber trotzdem, weil es die Folgen trägt der Taten der Vorfahren. So der Tod ist auf alle hindurchgedrungen. Jeder Mensch, der von Adam auf diese Welt kommt, hat keine Chance zu überleben. Keine einzige. Null. Das will der Paulus ausdrücken. Der Sünde ist nicht vererbt, aber der Tod ist vererbt. Und jetzt kommt Christus als der zweite Adam, um den Menschen aus diesem Zustand herauszubringen und ihn aus vom Sünde zum Gerechten zu machen. Das ist die klare Aussage dieser Verse dessen, was er sagen will. Wenn wir aber da hineingehen und interpretieren und wer weiß was, dann kommen wir nicht vorwärts. Das Gesetz der Vererbung ist unveränderbar, genauso wie Gott. Ich kann nur einen Zustand vererben. Deshalb ist es so entscheidend, dass ich, dass eine Mutter, dass ein Mensch, der weiter Kinder haben will, sich so verhält, solche Dinge übt, die nicht als Folgen vererbt werden. Das ist gerecht. Dass alle nachkommen, das mitbekommen, was ich habe, ist klar, weil geht ja nicht anders. Deshalb kann ich aufpassen. Hätte Adam nie gesündigt, hätte niemand seine Kinder den Tod geerbt. Und niemand hätte die sündige Natur geerbt. Aber die Tat Adams erbt niemand. Das ist menschlich, von reiner Überlegung und von der Gesetzmäßigkeit unmöglich. So, ich hoffe, dass wir diesen zweiten Gedanken verstanden haben. Die Definition der Sünde, sie ist ungehorsam. Jesus kam und durch seinen Gehorsam macht er es möglich, dass der Mensch wieder gehorsam sein kann. Was er vor der Neugeburt ohne das Leben Jesu nie kann. Damit kommen wir zu dem Begriff der Gnade. Er ist an sich der ausführlichste, den wir beschreiben sollten. Ich denke mal, wie soll ich ihn schreiben? Ich schreibe ihn mit Rot. Gnade. Ich möchte die Aufgaben der Gnade erklären. Die Gnade hat zur ersten Aufgabe die Möglichkeit zu schaffen, dass der Mensch wieder eine Wahl hat. Wenn das, was ich von Geburt an habe, nämlich die sündige Natur, die Folge der Sünde, wenn ich das habe, dann bin ich unfähig, die Wahl zu haben, das Gesetz zu halten oder nicht. Ich kann mich anstrengen, wieviel ich will. Die Frau kann sich anstrengen, wieviel ich will, um den Mörder zu lieben. Sie kann es nie. Sie kann es nie. Dafür braucht sie Gnade. Die Gnade bringt mir als allererstes, sie führt den Menschen, sie hält diese Welt in einem Zustand, dass der Mensch eine Wahl hat. Diese Wahl, die wir heute haben zum Leben, ist eine außerordentliche Wahl. Sie kommt nur durch die Erlösung, durch die, die Christus gemacht hat. Und Gnade ist gleich Erlösung durch Christus. Das ist der erste Punkt. Ich muss eine Wahl haben. Als in der sündigen Natur geborene Mensch habe ich keine Wahl, das Gesetz zu halten. Ich muss mich zerstören, wenn ich in die Situation komme, wie diese Frau, den Mörder nicht lieben zu können oder meine Frau nicht lieben zu können oder wen auch immer nicht lieben zu können. Dann bin ich zum Tode verurteilt und ich sterbe an meiner eigenen Hand, nicht an der Hand der anderen, sondern an meiner eigenen Unfähigkeit nicht zu sündigen. An meiner eigenen Unfähigkeit die Liebe auszuüben, die mir gegeben ist, dass ich lebe. Die zweite Aufgabe der Gnade ist, mir das, was ich schon an sündigen Taten getan habe, wegzunehmen. Die sündigen Taten von mir wegzunehmen, nennt sich auch Vergebung. Das muss Christus tun. Ihr müsst sehen, die Gnade, dass ich eine Wahl habe, ist nur eine Folge dessen, dass Christus kommt und Mensch wird. Dass ich eine Vergebung habe, das heißt, dass die Sünde von mir weggenommen werden kann, wie gesagt, nur vorübergehend. Das Gleichnis vom Schalzknecht zeigt, dass die Vergebung der Sünde nicht ein separates Geschehen ist von der Zerstörung der sündigen Natur. Wenn der Schalzknecht alles vergeben wurde und er kann dann selber nicht vergeben, dann nutzt ihm die Vergebung Gottes nicht, weil Jesus sagt, so wird mein Vater mit jedem tun, der nicht vergeben kann. Nicht vergeben können ist, nicht lieben können, den Mörder nicht vergeben können, seine Tat, nicht Mitleid zu haben mit ihm, dass er so tief gefallen ist, ist etwas, was das Gesetz fordert. Dass wir es tun können, dass wir vergeben können, dass wir Mitleid haben können, das bringt Christus. Er vergibt uns unsere Sünden, indem er sie von uns wegnimmt. Aber vergeben wir den anderen nicht, dann kommt das Ganze wieder auf uns zurück, weil die Sündenvergebung ist nicht bedingungslos. Sie ist immer an die Verknüpfung gebunden, dass ich die Sünde lasse. Und das ist auch schwierig für so manchen Theologen heute zu verstehen, aber es ist so ganz verständlich. Wenn ich für eine Therapie, wenn ich jetzt ein Eczem in der Nase habe und ich sage, ja, ich habe eine Salbe, die kann das wegschieben, dann mag ich die Salbe benutzen, aber wenn ich das Problem nicht erledigt habe, dann kommt es wieder. Also muss ich doch fähig sein, dass das Eczem nicht mehr kommt. So ja, es gibt die Salbe, dass ich von der Sünde, die ich getan habe, befreit werde. Aber wenn das nicht dazu führt, dass ich auch die Sünde nicht mehr tue, dann ist doch die Salbe null und nächtig. Deshalb ist das Problem der Vergebung nicht das Problem Gottes. Christus kam nicht auf diese Welt, um uns vergeben zu können. Dafür hätte er nicht kommen müssen. Vergeben kann Gott, aber Vergebung löst nichts. Vergebung macht einen Menschen nicht zu einem heiligen Menschen. Vergebung macht nicht automatisch aus jemandem, der ein Kind missbraucht hat, einen Heiligen. Macht es das? Wer doch gegen jegliche Gerechtigkeit, wer doch gegen jeglichen Menschen verstand, dass wir denken, wenn einem Mörder vergeben ist, jetzt ist er ein heiliger Mensch. Ist er doch lange nicht. Er ist nur vergeben. Die Sünde ist von ihm weggenommen worden. Aber, was wird jetzt? Jetzt muss der Mörder zeigen, dass er nicht mehr tötet. Tötet er wieder, dann wird genau der erste Mord und der zweite Mord, die werden ihm alle im Gericht angehängt. Keine einzige ist vergeben. Weil dann würde Gott nur Symptombehandlung machen. Und das denken die meisten Christen. Es ist grausam, wie das so ist. Aber es ist so. Deshalb, die Gnade muss mir meine sündigen Taten wegnehmen, weil ich kann sie mir nicht wegnehmen. Ich habe gestern gesündigt. Was kann ich dafür? Ich kann es nicht. Aber ich bin so dankbar, dass Gott es mir wegnimmt. Aber bei dem Wegnehmen gibt er mir noch eine dritte Fähigkeit. Nämlich zu überwinden die sündige Natur. Meine Neigungen, das, was wir gelesen haben, meine angeborenen Neigungen oder die anerzogenen, meine, die ganzen, die ganze Sichtweise, die ich habe durch meine sündige Natur, das muss überwinden werden. Und das, dazu brauche ich Christus. Wenn er nicht die sündige Natur tötet, vielleicht ist Töten besser als Überwinden. Weil dann verstehen wir auch den Tod Jesu und seine Bedeutung. Töten der sündigen Natur dann ist das Ganze doch wohl völlig sinnlos. Wenn das Fleisch, das mich unfähig macht, das Gesetz zu halten, nicht in meinem Leben bleiben soll und die Oberherrschaft gewinnen soll, dann ist es doch wohl ganz klar, dass ich nie zu einem Überwinder werde. So, ich denke, wir müssen uns diese drei Punkte, mindestens diese drei Punkte der Gnade ganz klar machen. Die Problematik des Paulus in Römer 7, die wir letztes Mal gelesen haben, kommt ja in dieser Lektion noch mal vor, als er schrieb, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Was will der Paulus? Will er Vergebung? Will er Erlösung von dem Tod? Was will er? Er zeigt doch in seinem ganzen Kapitel 7, in dem letzten Teil, er will das Gesetz halten, aber er kann es nicht. Und so schreit er, verzweifelt, und sagt, ich ehre, der Mensch, ich will den Mörder lieben, aber ich kann es nicht. Hilf mir. Ich will meine Lust, weil er nennt es jetzt, er verwendet ja die Lust, er will seine sexuelle Lust, er will seine Lust des Ehebruchs überwinden, aber er kann es nicht. Und so schreit er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Es geht ihm nicht um Vergebung. Es geht ihm auch im Kapitel 8 nicht um Vergebung. Oder um Zudecken der Sünde. Weil für die Gläubigen zur Zeit Jesu, für die Schrift, ist das Zudecken eine Notwendigkeit, wie es auch eine Notwendigkeit ist, den Menschen eine Wahl zu geben. Aber das Endergebnis ist, die Befähigung des Menschen, aus dem Tod wieder lebendig zu werden, von dem Fleisch zum Geist zu kommen. So, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich jetzt selbst mit dem Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. So er erklärt nur noch mal, das Fleisch kann nur das Gesetz der Sünde dienen. Das Gemüt, aber der Geist, muss dem Gesetz Gottes dienen. Und er sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht nach gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Geht es um Wandeln oder geht es um Vergebung? Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wer hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes? Von dem Fleisch? Wer hat mich frei gemacht von dem Fleisch? Es ist Christus. Und jetzt kommt es und er erklärt wie. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch Kraftus war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der Gleichgestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das heißt, in einer sündigen Natur überwand Christus die Sünde. Das ist alles, was er sagt. Er überwand sie nicht durch die sündige Natur, er überwand sie durch die göttliche Natur, aber er überwand die Sünde in der sündigen Natur, im sündigen Fleisch, verdammt er sie, weil er kam als Erlöser aus dem Samen von Eva. Was ist die Folge des Todes Jesu? Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Es geht um den Wandel. In wem muss die Gerechtigkeit erfüllt werden? Die Idee des Lektionsschreibers und es ist die Idee der vielen Menschen, vieler Theologen, sie denken, die Gerechtigkeit, und so sagte mir auch eine Schwester am Ende meiner Predigt eines Tages, kam sie mir und sagte, ja, in Christus ist alle Gerechtigkeit erfüllt worden. Ja, das stimmt. Das ist aber für ihn. Christus starb nicht für sich. Christus lebte nicht für sich. Ja, er hat den neuen Menschen geschaffen. Aber ich komme an sein Erbteil nur ran, durch den Glauben, und das müssen wir dann nächstes Mal sehen, ich komme an sein Erbteil nur ran, durch den Glauben, der mich befähigt, genauso gehorsam zu sein wie ich, wie er. Weil hier steht nicht, damit dem vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in Christus erfüllt würde. Alles ist Paletti. Alles ist erfüllt. Nein, nein, hier steht es, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Die ganze Neue Testament, das ganze Alte, aber besonders im Neuen, die Schriften von Paulus, von Petrus, von Jakobus, von Judas, sie alle erklären uns, das Gehorsam, das Ergebnis des Glaubens ist, das Gehorsam gegenüber dem Gesetz, die Folge ist, dass Christus in meinem Herzen wohnt. Aber ich kann Christus auch in meinem Herzen raus tun, ich kann anfangen gut mit ihm und ich kann nicht gut beenden und dann wird mich das Gesetz dennoch verurteilen. Judas bringt das Gleichnis von den Menschen, dass sie alle ausgezogen sind aus Ägypten. Gott erlöste sie aus Ägypten, aber in der Wüste tötete er sie. Wieso? Brachte er sie raus, um sie zu töten? Nein, sie waren nicht fähig. Ihr Glaube wuchs nicht. Sie waren nicht fähig, das zu tun. Weil sie in ihrer Sünden Haltung, in ihrem Unglauben beharrten. So der Glaube am Anfang hilft ja nicht, morgen, er hilft nur heute. Deshalb ist es notwendig, dass sie verstehen, nach dem Geist müssen wir beständig leben. Im Galater 5 sagt er, die aber Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch. Kreuzigen ihr Fleisch. Das findet man heute in der Theologie doch nicht mehr. Kreuzigen dein Fleisch. Christus hat doch alles für dich getan. Du musst nichts mehr tun. Glaubt was, jeder kann glauben, was er will. Sein Leben, sein Körper beweist es. Sein Leben beweist es, was er kann und nicht kann. Der Johannes schreibt es ja so schön in den ersten Johannes Brief, Kapitel 5, Vers 8, Vers 4, Vers 8, 7 und 8, Kapitel 4. Geliebte lassen uns untereinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. So was ist es, was uns erlöst? Womit beweisen wir, dass Gott in uns lebt und wir erlöste Christen sind? Doch nur dadurch, dass wir Gott, dass wir lieben können, auch den Mörder. Oder ist er ausgenommen? Ein paar soll ich lieben lernen, aber nicht alle. In uns muss die Gerechtigkeit erfüllt werden. Ich lese noch den Kolosser-Text im Zusammenhang mit des Lektionsschreibers seiner letzten Frage in den Fragen. Er sagt so dort am Ende, zu einem gottesfürchtigen Leben gibt es für diejenigen, die sich Kinder Gottes nennen, keine Alternative. Viele wohlmeinde Christen behaupten jedoch, wir müssen Vollkommenheit erlangen, um in das himmlische Reich Gottes eingelassen zu werden. Leider fördern die Anhänger einer solchen Lehre nicht nur Selbstüberhebung, sondern ignorieren auch die Tatsache, dass die Natur des Christen weiterhin sündig ist. Na ja, dann ist der Tod am Kreuz hinfällig, meine Lieben. Menschen müssen mit ihren ererbten und anerzogenen Neigungen zur Sünde leben und sind fortlaufend Versuchungen ausgesetzt. Noch problematischer ist die Enttäuschung, die diejenigen befallen kann, die immerzu auf sich selbst schauen. Sie sehen in ihrem Vorankommen ein Barometer ihrer Erlösung. Man kann alles ein bisschen so oder so darstellen. Sicherlich ist das ein bisschen falsch dargestellt von denen, die an die Vollkommenheit glauben. Doch wer von uns, und das ist jetzt der Satz, auf den ich hinkommen wollte, doch wer von uns könnte je an die Heiligkeit Gottes und seines Gesetzes heranreichen? Was sagt er damit? Wir müssen das Gesetz halten, sagt er im ersten Satz. Aber im zweiten sagt er, wir können es eh nicht. Weil wir haben ja eine sündige, ererbte Natur, wir haben das Fleisch. Ja, wir müssen es halten, aber so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber mach dir keinen Stress. Du schaffst es auch, so wie du bist. Hauptsache du glaubst. Ich lese was anderes in der Schrift, ich lese hier, wie ihr seht, es sind nicht meine Worte, es sind die Worte des Pauls. Ab Vers 25, in 1. Kolosse 1, Vers 25 weiter. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in sich. Nein, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die mir wirkt, mit Macht. Ich lese bei Paulus, dass er sagt, er verkündigt und ermahnt jeden Menschen und lehrt in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus darzustellen. Wisst ihr, wir machen Gott zum Lügner. Wir machen Gott wirklich zum Lügner. Wenn wir sagen, in dem neugeborenen Zustand ist der Mensch nicht fähig, das Gesetz zu halten. Dass er dann so viele Kämpfe hat mit seiner sündigen Natur, dass er das so oder so nicht schaffen wird. In der Schrift steht was anderes. Auf dem Berg Zion steht eine Schar. In Offenbarung 14, das was unsere Gemeinde so verkündigt und außerordentlich hervorhebt als unsere Aufgabe, steht dort in Kapitel 14, Vers 12. Hier ist standhaftes Ausharren der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Dann bitte schön, was stimmt. Doch wer von uns könnte je an die Heiligkeit Gottes und seines Gesetzes heranreichen? Die Bibel sagt, durch ihre ganze Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Vor dem Alten Testament und der Petrus greift es auf in seinem Buch und sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Nichts anderes wird uns in den Himmel bringen als Gottes Heiligkeit, die Übereinstimmung mit seinem Charakter. Ja, ich als Mensch, aus menschlicher Anstrengung und aus menschlichem Handeln kann ich dahin nicht kommen. Aber die Gerechtigkeit, die mir zur Verfügung gestellt wurde, das Brot des Lebens, auf welchem ich essen kann, gibt mir die Kraft, so zu kämpfen, um zu überwinden. Weil hier auf dem Berg Zion steht, sind die, die überwunden haben. Es sind die, in Kapitel 12 steht so schön, sie sind die, sie haben ihn überwunden, das heißt den Drachen. Und den Drachen überwinden heißt, man folgt ihm nicht mehr. Der Sünde ist man abgestorben. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugens willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und im Kapitel 22, im letzten Kapitel der Offenbarung steht es, wer teilhaben wird am Baum des Lebens. Vers 14 steht hier so, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Möge jeder behaupten, was er will. Das Wort Gottes wird für immer bestehen bleiben. Ich möchte diesem Worte gehorchen. Ich möchte diesem Worte folgen. Ich möchte eine völlige Erlösung von meinem Ich haben. Ich möchte mein Ich endgültig begraben. Ich möchte eines Tages den Schlichen des Bösen nicht mehr in die Falle gehen. Ich möchte meiner Herrschsucht nicht mehr nachkommen. Ich möchte eines Tages das Leben Jesu, den Charakter, den er für mich erarbeitet hat, in mein Leben einweben. Und nicht nur zum Teil, nicht nur eine Kleinigkeit, sondern ganz. Sonst werde ich nicht stehen. Sonst habe ich keinen Anteil an dem Baum des Lebens und wird keiner haben. Außer der, der glaubt. Wie gesagt, wir haben das Wort Glauben nicht erklären können heute. Ich werde dort nächstes Mal weitermachen. Wer glaubt und Glaube ist gebunden auf Hoffnung, der kommt weiter. Ich weiß nicht, wie Gott das schaffen wird in meinem Leben. Aber ich bin mir sicher, er schafft es. Und ich möchte mit ihm zusammenarbeiten und alles geben, was ich kann, um eines Tages mit den Erlösten und den Überwindern auf dem Berg Zion zu stehen. Wofür sollte ich denn sonst erlöst werden? Um nicht zu sterben? Es wäre mir zu wenig. Ich möchte die Gerechtigkeit Gottes ganz ausleben. Ich möchte so lieben können wie er. In der Phase, wie viel ich als Mensch fähig bin, so viel zu lieben wie Gott. So viel wie es in der Fähigkeit des Menschen liegt, zu lieben, möchte ich die ganze Liebe Gottes in meinem Leben haben und sie fähig sein zu geben meinen Mitmenschen. Ich möchte meinen Egoismus weghaben, möchte jede Kleinigkeit meines Fleisches kreuzigen. Dass das ein Prozess ist, wissen wir, aber der Weg das Rennen ist klar. Erlösung zum Baum des Lebens will ich Zutritt haben. Zu diesem Baum haben nur die Zutritt, die die Gebote Gottes tun. Lest noch mal die Bergpredigt durch. Lest noch das letzte Gleichnis dort. Wer diese Rede hört und tut sie, der steht. der wird überwinden. Wer nur glaubt, der kann sie zum Teil nur tun, der baut auf Sand. Er ist ein Ungläubiger in dem wahrsten Sinne des Wortes. Weil er glaubt nur das, was er denkt, für viel möglich ist. Aber Glaube, der nur auf denkt, was möglich ist, ist kein Glaube. So wird das in der Bibel definiert. Eine Hoffnung, die ich sehe, ist keine Hoffnung. Ich weiß nicht, wie Gott es schafft, aber ich glaube es fest daran. Und ich schaue nicht auf mich, so wie der Schreiber hier schreibt. Ich gucke nicht nach mir in einem Barometer, sondern ich staue ständig auf Christus und will ständig auf Christus schauen und von mir wegschauen. Dann weiß ich, komme ich sicher ans Ziel und werde eines Tages durch die Gnade Gottes das Ebenbild Jesu widerstrahlen, wenn mir die Zeit dazu gegeben ist, sie zu lernen. Und das in völliger Maß. Ich möchte an die Heiligkeit Gottes und an die Heiligkeit des Gesetzes herankommen, weil das ist der Zugang zum Leben. Willst du das auch? Amen.